herzlich willkommen auf meinem kanal heute ihr seht es im hintergrund schon da im hintergrund ein spiel von software 2000 einer firma die es schon längst nicht mehr gibt die 1987 gegründet wurde und 2002 dann in die insolvenz gegangen ist hatte unheimlich viele gute artikel und zwar die bundesliga manager serie pizza connection um nur ein paar zu nennen heute spielen wir bundesliga manager professional let's play und zwar ein endlos spiel und dann fangen wir einfach mal an ganz schicke musik aber ich glaube das war schon alles davon das ist unsere erste übersicht hier suchen wir uns unseren verein aus geben uns einen namen ich bin der ben die gesichter wechseln wir an dem wir auf die gesicht darauf klicken und hier irgendwie durchklicken ich habe immer dieses gesicht genommen und das werde ich auch beibehalten der datensatz nicht verwendet habe oder verwende ist vielleicht von 9 der saison 1920 vielleicht auch von 21 22 ich weiß es nicht ich habe keine ahnung mehr von fußball die zeiten und lange vorbei ich habe vor allen dingen viel fußball damals gespielt das spiel kam 1991 raus genau bis 1996 habe ich intensiv mich mit der bundesliga beschäftigt und ja sonst mit fußball wms ems keine ahnung nachdem ottmar helzfeld dann vom bvb weggegangen ist war dann für mich die sache mit fußball auch gegessen und ich hatte kein interesse mehr daran aber als ich den bundesliga manager professional gespielt habe war ich nicht fan vom bvb sondern vom ersten fc köln weil pierre litbarski damals dort gespielt hat und ich großer fan von pierre litbarski nach der wm 1990 war somit fußball hat bei mir eigentlich so richtig angefangen 1989 als ich mein erstes bundesliga panini heft hatte und darüber bin ich dazu gekommen ich kann mich noch erinnern dass der fc bayern mit commodore werbung auf dem trikot dort abgebildet war ja gucken wir uns einfach mal die mannschaften an die wir hier zur verfügung haben fangen wir mit dem 1. fc nürnberg an es sind insgesamt 64 mannschaften klicken uns mal durch als berliner würde ich ja theoretisch härter nehmen der 1. fc union ist auch noch hier irgendwo drin gucken wir gleich mal was haben wir denn hier von rosa wappen erzgebirge aua ok hier ist auch der 1. fc köln da ist der 1. fc union berlin die eisernen darmstadt wäre natürlich auch eine wahl die man treffen könnte da ich ein paar jahre in darmstadt gelebt habe aber klicken wir uns hier noch ein paar mal durch die einzelnen vereine durch da ist wieder nürnberg na wir schnappen uns den 1. fc köln um uns an alte zeiten zu erinnern ich habe das spiel damals ewig lang gespielt mit meinem bruder immer auf dem hot seat er hatte leverkusen genommen er war großer leverkusen fan damals gewesen wegen georginho bis er dann zu nach bayern gewechselt ist und dann war mein bruder bayern fan und ist es auch geblieben so wo haben wir den 1. fc köln da haben wir ihn da klicken wir hier rein schönen gruß an alle köln fans da draußen ich werde köln zum titel führen und zum sieger der landesmeister auch machen bestimmt ich arbeite daran und das schaffen wir schon so nach einem rechtsklick gibt es die spieleinstellungen ich möchte ein enddurchspiel haben auf schwierigkeitsgrad 2 ist vollkommen in ordnung wir brauchen auch keinen historischen start 91 ist für mich ein historischer start finde ich man kann auch 63 starten aber 91 ist auch schon wirklich lange her der dfb pokal möchten sie dem unübertroffenen schauspiel einer dfb pokal auslösung bei wohnen aber klar das machen wir einmal mit aber auch nicht ganz wir gucken uns einfach mal kurz hier die dieses auswahlverfahren an das ist ja alles ganz schön animiert und das reicht jetzt auch und schon klicken alle rein so köln ich sehe uns schon wir spielen gegen die eintracht aus frankfurt und das ist ein duell bundesliga gegen oberliga da werden wir volle hütte haben und wahrscheinlich verlieren so pokal der landesmeister wollen wir nicht pokal der pokalsieger wollen wir auch nicht und den ueva pokal wollen wir auch nicht da ist unser schönes gesicht unser vereinswappen hier haben wir dann später unsere tendenz mit dem tabellenplatz ich nehme erst mal ein paar einstellungen vor und zwar wollen wir keine halbzeitstände und ergebnisse und tabellen aus den ersten beiden liegen haben und auch keine halbzeitstände aus der dritten liga in der wir uns ja befinden die europapokale mache ich auch aus die nachrufsspiele mache ich auch aus die spielgeschwindigkeit setzt sich einfach mal hoch ich weiß nicht was die blenden sind ich lasse einfach mal aus zeitung dass man an torszen lassen wir erst mal an so und dann benutzen wir einfach mal die speichern funktion und damit haben wir das abgespeichert wir starten im juli 1992 am ersten spieltag gucken uns mal die menüs an wir fangen einfach mal hier auf der anderen seite noch an also einstellungen hat man gesehen einstellungen laden speichern highscore dann haben wir hier die einzelnen pokalbegegnungen die wir reingucken können wer spielt bei uns bei den landesmeistern natürlich bayern münchen europäischen vereinen die nächste übersicht ist dann hier unser manager menü hier haben unsere bilanz hier kriegen wir angezeigt wie viele spieler wir gewonnen haben verloren haben und so weiter wie viele tore hier steht immer gesamt heim und auswärts dann unsere zuschauer entwicklung er sagt benötigt der schnitt sind zurzeit 19.000 was so ziemlich unmöglich sein wird diesen schnitt zu haben aber wir haben ja auch noch keine einnahmen durch sponsoren oder so da kommen wir gleich hin die einzelnen rekorde werden hier angezeigt unser kontostand und unsere schulden hier sehen wir später dann die zuschauer entwicklung und dann haben wir hier ein herzteil dieses managerspiels nämlich den ausbau des stadions wir fangen mit 12.000 plätzen an können sitzplätze ausbauen stehplätze ausbauen insgesamt kann man auf eine größe von 130.000 das stadion glaube ich ausbauen entsprechend dann immer mehr geld nehmen wenn es schicker ist oder weniger geld nehmen wir haben 1,5 millionen zur verfügung wenn ich jetzt hier zum beispiel rauf klicke dann sagt er könnte auf es kostet mich 100.000 pro 1000 sitze könnte jetzt sagen okay ich werde 3000 sitze dazu haben das würde mich 300.000 kosten ich könnte aber auch 15.000 erhöhen das stadion ist dann im unterschied zu späteren managern nicht gesperrt sondern die 12.000 plätze bleiben erhalten stehen dann später stehen dann halt 3000 mehr zur verfügung ohne dass man irgendwie auf plätze verzichten muss ich habe keine ahnung was das jetzt bewirkt so richtig ich würde einfach mal 500.000 investieren damit wir auch ein großes stadion haben um den aufbau ausbauen 5000 auf 20.000 auf 17.000 ich habe ja nur 12.000 plätze dafür brauchen die sieben wochen wenn ich jetzt ablehne dann kann ich eine weile nicht bauen weil die baufirma beleidigt ist also richtig richtig professionell hier deswegen ja auch bundesliga manager professional und nicht bundesliga manager kindergarten und ich sage einfach mal na klar 17 wochen ist eine lange zeit und dann haben wir 17.000 dann noch zur verfügung lassen wir einfach mal so hier haben wir unser unsere ewige tabelle sehen je nachdem wie wir uns geschlagen haben steigen wir in der tabelle auf und wenn wir entsprechend viele siege in der bundesliga haben im pokal weiter kommen mit den meisterschaften die meisterschaften gewinnen und so weiter steigen wir da immer weiter auf wir gucken mal wie lange wir brauchen um auf platz eins zu kommen sind ja noch ein paar spiele dann haben wir hier die bank falls wir mal geld brauchen kurzfristig der zinssatz ist laut anleitung jetzt hier monatlich sind richtige wucherzinsen also wenn man sieben prozent pro monat ist schon echt heftig sollte man möglichst nicht machen ich weiß dass es hier möglichkeiten zum schummeln gibt dass wenn man hier auf die die eine ist glaube wenn man hier auf die bank klickt das bankschild kriegt man immer 100.000 dazu die andere möglichkeit ist wenn man hier aufs hauptmenü den pfeil geht und dann a drückt dann wird die ganze mannschaft auf stärke 99 gesetzt und man kriegt glaube 100 millionen oder so das sind die beiden sheets die eingebaut wurden genau so viel dazu die wollen wir aber nicht verwenden das war übrigens ich habe das ja auf dem atari st gespielt und der atari st hatte dieses hauptmenü gar nicht sondern ist man einfach mit einem rechtsklick rausgegangen aus dem spiel und genauso hat hier dieses schummeln auch nicht funktioniert das habe ich erst auf dem pc kennengelernt also ich wusste auch beim atari dass dieser cheat existiert aber nicht auf dem atari hat wahrscheinlich nicht geschadet so wie geht es weiter dann haben wir hier unsere gesamtentwicklung in den ganzen songs werden wir später sehen am ende der saison jetzt kommen wir zu einem schönen punkt nämlich den sponsoren hier können wir zum beispiel den preis für die werbeausgaben festlegen ich weiß nicht was für auswirkungen das hat ich werde jetzt einfach erstmal auf 30.000 hoch setzen und dann klickt man zum beispiel hier auf das trikot und klickt hier hin und dann sieht man aha software 2000 als vertragspartner bietet uns 89.000 für drei jahre 90.000 für drei jahre 82.000 107.000 das ist schon mal ordentlich kron software das sind ja die hersteller dieser software kron kr für kra und und für onnen die beiden hauptsoftware entwickler hier die uns das beschert haben vielen dank an die beiden manchmal so ein shoutout danke werner kra danke jens onnen für dieses tolle spiel ah ja wir sind ja noch ein paar andere sachen so commodore chemie weiß jetzt nicht was das ist amiga joker war eine zeitschrift studio 3 gesagt mir jetzt auch nichts aber die v bank nehme einfach 107 ist schon ordentlich finde ich gut und dann gucken wir noch bei den banden werbung drei jahre 33.000 das schöne ist ja mal ein jahr für 31.000 vielleicht nehmen wir das auch sobald wir aufsteigen in der liege dürfen wir auch den vertrag kündigen und bessere verträge eben annehmen deswegen nehme ich den jetzt einfach trotzdem geld ist immer wichtig so das war dieses menü das nächste menü hier sehen wir einfach die übersichten der bundesligen die spielstände der einzelnen spieltage kann man durchklicken sehen wann man gegen wen gespielt also in der bundesliga jetzt natürlich nicht aber hier sehen wir auch die stärken gesamt abwehr mittelfeld sturm und wir sehen gesamt ist härter anscheinend zurzeit hier am stärksten interessant finde ich gut das ganze können wir uns auch hier ansehen in der amateuroberliga wir sind zurzeit auf platz 13 mit der aktuellen aufstellung in der abwehr ein bisschen schlechter im mittelfeld ein bisschen besser und im sturm ein bisschen besser das sagt uns ja auch noch nichts und wir spielen am ersten tag heim gegen ingolstadt die stärke 38 haben jetzt kommen wir natürlich zu dem viel interessanteren menü nämlich jetzt gehen wir aus managen raus jetzt gehen werden wir trainer was haben wir hier hier haben wir eine mannschaftsübersicht und eine aufstellung und jetzt können wir uns zum beispiel so eine standard aufstellung nehmen das ist hier eine sehr defensive aufstellung was man beachten muss auf jeden fall ist das auf jeder dieser vertikalen linien hier runter mindestens eine person sein sollte ansonsten verliert man wahrscheinlich öfter das ist eine relativ ausgeglichene form hier haben wir eine angriffsform hier sind wir sehr offensiv wir gucken einfach mal wie es mit der stärke verteilung aussieht denn wenn ich jetzt hier wieder raus gehe und weiß gerade nicht wie es besser machen kann so sind jetzt sind wir auf platz 13 30 32 49 merken wir uns mal kurz dann sind wir mal auf diese guck mal wie hier die aufstellung aussieht 31 33 49 vorher waren wir 30 also sind wir hier schon mal besser dann gucken wir uns noch die defensive aufstellung an und hier haben wir auch 30 33 ich würde jetzt erstmal die mittlere nehmen gleichzeitig muss man auch immer jetzt gucken dass nicht nur gute spiele aufgestellt sind sondern das auch links rechts beachtet wird hier sieht man dass das der p matzen 20 jahre ist und links fuß ich habe hier irgendwie nur links füße in der mannschaft super im sturm und dann gucken wir hier auch das links links steht links rechts links rechts rechts das sieht super aus links rechts rechts okay die abwehr ist schon etwas älter ist okay können wir mit leben das war die übersicht genau mannschaftsausstellung haben wir und hier sind wir noch im vertragsmenü hier können wir verträge verlängern genau das machen wir aber erst nächste saison vielleicht wir gucken mal hier sehen wir die stärke direkt der spieler sie geschossen haben und die tendenz plus ist natürlich immer gut und noch ist alles relativ günstig als nächstes haben wir das training wir haben hier unten diese drei balken das eine ist hier kondition das andere ist technik und das dritte ist erschöpfung die beiden vorderen balken gehören zusammen die geben nur das verhältnis kondition zu technik an in der mannschaft also die beiden balken werden nie beide ganz hoch gehen können sondern ideal ist es wenn sie in etwa die gleiche höhe haben wobei technik besser sein sollte ein ticken besser sein sollte als kondition schreiben sie im handbuch weil dadurch wie wenn die mehr kondition haben dann irgendwie mehr einsatz bringen und die leute eher faulen und deswegen setzen wir einen von kondition runter das sind die vier formen hier kondition spiel schuss taktik und wir setzen mehr auf spiel was ja grundsätzlich mehr technik gibt ich weiß nicht ob die beiden oben einfach zur kondition gehören aber hier steht ja schon kondition direkt und die unteren irgendwie zur technik keine ahnung und hier haben wir noch zehn bälle zur verfügung um sie aufzuteilen zwischen abwehr mittelfeld und angriff und ich setze mal ein bisschen mehr aufs tor damit unser torwart nicht umfällt so und dann haben wir noch die intensität die intensität sagt aus wie hoch die erschöpfung ist soweit ich mich erinnern kann ist es total egal wie hoch die erschöpfung ist wenn die erschöpfung höher ist ja dann verletzen sie sich öfter aber sie werden halt auch deutlich besser deswegen kann man da voll reinhauen und das ist okay hier haben wir noch mal das vertragsmenü haben wir eben schon gesehen hier können wir wieder in das andere mannschaftsmenü wechseln aufstellungsmenü ach so was ich noch hier oben haben wir noch den einsatz das ich immer gleich werde ich nicht verändern dann haben wir noch ein trainingslager da sehen wir auch die einzelnen werte hier die teuren sind natürlich super krass aber die sind zurzeit gesperrt was jetzt die einzelnen auswirkungen sind wie gut die raumausstattung sein muss die platzqualität natürlich je besser die platzqualität desto toller aber ich glaube das fitnesscenter krone ist schon ganz gut krone krone software genau das kostet mich 400.000 für eine woche ich werde es jetzt gleich mal nutzen wir werden dann auch gleich mal gucken welche stärke unsere mannschaft danach hat hier noch kurz die anderen menüs durch hier haben wir unseren transfermarkt das ist unsere eigene mannschaft hier können wir jemanden auf den transfermarkt stellen ich weiß gar nicht ob wir jemanden verleihen können wir können uns aber auch diese spieler leihen dann haben wir die für ein jahr oder maximal zwei ich weiß es gerade nicht ist dann deutlich günstiger oder man kann sie sich kaufen stärke wird leider nicht angezeigt das muss man sich so ausrechnen indem man sich die stärken einfach mal anguckt das wäre jetzt zum beispiel so eine option der ist ein bisschen alt der amri 38 29 47 auch noch gut die form ist eigentlich auch immer irgendwie zwischen 40 und 60 also es unwahrscheinlich dass die mal höher geht als 60 habe ich nicht gesehen so und dann haben wir hier noch die tabelle der besten torschützen also wir gucken uns an welche stärke haben wir 31 30 49 auf der aktuellen aufstellung die aktuelle aufstellung ist ja genau die mittlere jetzt werden wir einmal ins trainingslager fahren dann werden wir gucken und was das mit unserer stärke gemacht hat wir sind jetzt auf platz 11 haben 32 34 50 also überall ein punkt dazu gekriegt das finde ich gut das finde ich gut jetzt geht es wirklich los mit dem spielen alle einstellungen sind gemacht ich speichern nochmal ab das abspeichern ich weiß nicht vielleicht macht das jetzt nicht mehr ach so hier kann man auch nach den nachrichten gucken wenn man in die mitte klickt und hier können wir uns noch kurz ansehen wer war es wer hat es verbrochen wir sehen hier die programmier idee und programmierung und alles mögliche von werner kraa und jetzt on aus cronsoft simulation software dann sehen wir auch wer da so mitgewirkt hat torsszen jungen kraa werner kraa wahrscheinlich ist jungen kraa irgendwie der bruder oder so und jetzt fangen wir einfach mit unserem ersten spiel an auf geht's na das kann ich nicht klicken keinen heutigen spielstandaden super das ist ein anti schummel software oder was darf ich nur einmal abspeichern oder was sind die spiele damals nicht abgestürzt nein starten wir einfach nochmal neu und gucken mal ob wir dann spielen können ansonsten werden wir alle einstellungen noch mal so vornehmen wie eben schon waren und dann geht's halt nochmal los so da oben klicken wenn nur eins der weigert sich wirklich dass ich diesen spielstand laden kann dann machen wir das schnell nochmal von vorne erklärt ist alles das ist ja doch ein bisschen penetrant ich fühle mich gerade ein bisschen entmündigt das lassen wir an kein gedanke kein gedanke kein gedanke jetzt überspringen wir das alles hier machen wir die einstellungen wir hüten uns irgendwas abzuspeichern halbzeitstände aus torsszenen sind an dfb pokal ist an europa pokalspielen und so weiter ist aus das machen wir alles aus müssen wir jetzt nochmal hier ins stadion gehen und sagen okay wir bauen 5000 sitzplätze jetzt kann man mal gucken diesmal nur 13 wochen okay dann erhöhen wir hier unser gehen wir auf 30.000 hatte ich gesagt gucken wir mal ob wir jetzt noch gute verträge finden sieht echt mies aus 107.000 hatte ich vorher gehabt das ist leider traurig 32.000 das ist der einzige vertrag den wir kriegen das ist echt traurig für drei jahre wir nehmen erstmal vorsichtshalber an weiter geht's in die mannschaft wechseln auf die aufstellung wir nehmen die mittlere aufstellung ich weiß nicht wie stark ich jetzt bin platz 12 30 32 53 also die form ist diesmal besser der rest ist schlechter wir werden die trainingseinstellung einstellen auf kondition 1 runter mittelfeld 1 runter intensität ganz hoch wir werden ins trainingslager gehen dann gucken wir jetzt nochmal wie das jetzt aussieht wir sind ziemlich weit hoch gerutscht finde ich gut hat sich diesmal mehr gelohnt und unser erster spieltag da wollte ich gar nicht gucken da wollte ich gucken heim gegen hoffenheim sollten wir gewinnen wir sind stärker aber es ist ein bundesliga manager es ist ein fußball manager es ist immer irgendwie anders jetzt gucken wir noch einen dfb pokal gegen wen treten wir an gegen zweitligast vfb nübeck gegen zweitligast vfb nübeck